Was geht ab Jungs und herzlich willkommen zu Road to Toti Part Nummer 6. Ist das 6? Ich weiß es nicht, weil ich das Wochenende leider nicht zu Hause sein konnte und deswegen Freitag, Samstag und Sonntag kein Video kam. Es tut mir auf jeden Fall sehr leid, ging nicht anders. Ich war in Berlin für den HSV E-Sports unterwegs und von Berlin aus, wie soll ich das ohne Konsole, ohne Setup und so machen und voraufnehmen geht ja bei dieser Serie auch nicht, weil ich kann ja nicht im Vorwege schon immer wieder den Content, der in 24 Stunden gemacht werden muss, machen. Versteht ihr, wie ich meine? Ging einfach nicht. Ich habe natürlich trotzdem versucht, euch bestmöglich vorzubereiten, zum Beispiel in der VIP Trading Gruppe habe ich einen Post gemacht, was man am Wochenende machen kann. Kostenlose WhatsApp Gruppe gab es auf den einen oder anderen Call. Also falls ihr da noch nicht drin seid, join gerne kostenlos der WhatsApp Gruppe, dann kriegt ihr sowas halt auch mit und wisst, was los ist. Ich könnte natürlich auch gerne bei Instagram ein Follow dalassen, dann wisst ihr auch, wann es Streams, wann es Videos gibt und so weiter und so fort und verpasst da nichts. Ansonsten sollte ich die nächste Zeit jetzt eigentlich immer wieder am Start sein für euch und jeden Tag hier Road to Toti Folgen bringen und dann, wenn das Toti da ist, auch natürlich eine neue Serie zum Toti. Wahrscheinlich irgendwie Craft to Toti oder irgendwie sowas werden wir da aufbauen, wie wir uns zusammen den ersten Toti dann erarbeiten. Geht es ja gerade darum, uns bestmöglich fürs Toti vorzubereiten. Wenn Toti dann da ist, kann man natürlich die eine oder andere Maßnahme noch machen, um seinen Account während des Totis bestmöglich zu bestücken. Das werden wir dann auch machen und ja, falls ihr Bock darauf habt, lasst wie immer gerne einen Like da. 150 Likes wäre super, haben wir bei den letzten Videos immer geschafft. Locker, easy, teilweise sogar 200, 250 Likes. Kurs geht auf jeden Fall dafür raus und ihr könnt natürlich auch jederzeit Fragen stellen in die Kommentare, falls ihr Fragen habt. Wenn es Fragen sind, die im Video beantwortet werden oder die im Video beantwortet sind, dann werde ich natürlich schreiben, hey Bro, die sind im Video beantwortet, weil besser als in einem Video kann ich es euch nicht erklären. So, in ein, zwei Sätzen Sachen zu erklären, die ich euch hier in mehreren Minuten teilweise, also für mich ist die Aufnahme ja mehrere Stunden. So, deswegen, das kann ich einfach nicht in ein, zwei Sätzen komprimieren. Deswegen gibt es ja auch Videos. Deswegen schaut das Video wirklich erstmal bis zum Ende. Wenn ihr da noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch rein. Gut, und ihr seht es auch schon im Hintergrund, wo die Playstation gerade erlebt, es ist ein neues Versus-Team am Wochenende rausgekommen. Habt ihr ja wahrscheinlich einen mitbekommen. Und dementsprechend gibt es auch wieder neue Karten für die UV-Liste auf jeden Fall. Ich habe meine UV-Liste leider am Wochenende auch nicht wirklich angepasst oder so, aber das ist gar kein Problem. Ich werde jetzt heute im Video mit euch zusammen anpassen, dann werdet ihr auch sehen, dass es mal wieder vielleicht ein paar Verluste gibt, weil so ist das nur am Trading. Mal machst du Gewinn, mal machst du Verlust. Gerade wenn du dann halt ein paar Tage aus FIFA rausgeworfen wirst und ja, am Wochenende deine UV-Liste nicht anpassen konntest, ist das immer ein bisschen ärgerlich, aber ich mache mir nichts draus. Wir werden diese Woche wieder mit Plus rausgehen und dementsprechend werden wir, wenn wir da Verlust gemacht haben, wieder ein bisschen Verlust rausholen. Ich kann mir hier auch schon mal zwei Packs abholen für das FC-Pro-Ding, was ich hier geschaut habe. Ich möchte natürlich auch den Tipp geben, schaut jede Woche Montag dieses FC-Pro-Event da bei Twitch. Da könnt ihr einfach bei Twitch EA Sports FC gucken. Das fängt, glaube ich, immer am 8.00 Uhr an. Ihr müsst insgesamt eine Stunde zugucken und dann kriegt ihr halt immer, ja, kriegt ihr Packs. Zum Beispiel nächste Woche gibt es hier dann auch wieder Spieltag 5, Spieltag 7, Spieltag 8 und so weiter und so fort. Kriegt man auch jedes Mal Packs. Und es gibt dann auch immer so eine FC-Pro-Open-Easter-Eck-Geheimland-Aufgabe. Soll Polen sein an der Stelle schon mal. Das heißt, ihr müsst drei Tore per angeschnittenen Schuss mit einem Profi aus dem Geheimland, das ist wie gesagt Polen, machen in dem beliebigen Modus. Also ihr könnt halt theoretisch einfach in ein Squad-Battles-Game gehen, drei angeschnittene Tore mit einem Polenspieler machen. Du kriegst halt für die nächsten fünf Partien einen Münz-Boost von 1.000 Münzen und du kriegst noch als Gesamtbelohnung ein 83-plus-Söltenes Gold-Profi-Pack. Kann man fürs Toti auf jeden Fall auch mitnehmen. Werde ich wahrscheinlich den Off-Stream machen. Ist jetzt für das Video einfach, ach ja, ich werde euch jetzt hier nicht Squad-Battles zeigen. Dann diese Woche müssen wir uns daran setzen. Ich werde das wahrscheinlich bei Twitch einfach machen. Jeden Tag werde ich einen Stream machen, einfach nur um die Spiele zu grinden, weil ich jetzt schon wieder die Weekend League auch nicht spielen konnte am Wochenende. Und zwar zum einen die wöchentlichen, themenbezogenen Teams werde ich diese Woche auch erledigen. Einen Tag, 21 Stunden. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, macht es auf jeden Fall. Ihr könnt die wie gesagt kombinieren. Ich werde einfach auch nochmal ein Bild in die Gruppen reinposten, wie man die Teams am besten kombiniert, falls ihr jetzt frisch neu in die WhatsApp-Trading-Gruppe da reinjoint, sowohl in die VIP als auch in die kostenlose. Da werde ich da morgen wahrscheinlich am Dienstag nochmal ein Bild reinhauen, wie das Ganze hier mit diesen Teams halt aussieht, wie man das am besten kombiniert, dass ihr es schnell noch mitnehmen könnt. Ja, solche Aufgaben kann man natürlich auch mal gerne mitnehmen, ist für mich jetzt aber ja nicht wirklich ein Muss. Aber das hier, FC-Versus-Tagesspiel, ist es halt wichtig, jeden Tag drei Spiele zu machen, weil du dadurch halt auch extra Packs einfach auf den Nacken bekommst. Und dann gibt es noch das FC-Versus-Tagesspiel-Komplettpaket. Da kriegst du halt, ja, wenn du die Tagesspielaufgabe einmal abgeschlossen hast, zweimal abgeschlossen hast, dreimal abgeschlossen hast, jedes Mal auch Packs. Ich kann es jetzt ja für diese Woche nicht mehr abschließen, aber ich denke, dass es jetzt am Dienstag nochmal neu kommt. Ihr seht ja, 21 Stunden noch. Und dann kann man es auch wieder machen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man eigentlich jeden Tag spielt. Und dann sollte es eigentlich hier unter Live, was ich jetzt gerade nicht finde, kann sein, dass es bei mir irgendwie rumspackt. Ah ne, tatsächlich, der Cup ist nicht neu gekommen. Wir haben keinen neuen Versus-Cup bekommen. Darauf wollte ich eigentlich ein bisschen aufbauen, weil ich habe vor 19 Uhr geschaut und dachte, ja, Jackpot versus Cup läuft heute Abend aus. Das heißt, wir können jetzt diese Woche den Versus-Cup erstens spielen, plus zweitens natürlich, letzte Woche, ihr wisst selber, die Versus-Karten sind Skyrocket gegangen und man konnte halt auch einfach geile UV mit denen machen. Aber es sieht wirklich so aus, ne, das war gerade, glaube ich, falsch, ne? Ne, Online-Spiel war eigentlich richtig. Aber es gibt tatsächlich keine, es gibt keinen Cup, Chat? Äh, Jungs, es gibt keinen Cup? Oder bin ich blind? Ich bin der Meinung, Freundschaftsspiel-Online-Spiel. Ich bin nicht so oft in Freundschaftsspielen, aber das, hier findet man doch eigentlich die Cups. Das heißt, die haben tatsächlich keinen neuen Versus-Cup gebracht. Kann aber auch sein, dass der Versus-Cup Dienstag kommt. Dass er jetzt Montag nicht refresh würde, sondern erst Dienstag kommt, gehe ich jetzt nicht von aus. Kann aber sein. Ich werde, denke ich mal, trotzdem mich später auf die Versus-Karten fokussieren, weil die trotzdem auch ohne den Versus-Cup, glaube ich, gut UV laufen können. Aber es ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil das zwei Sachen halt wegnimmt. Wie gesagt, Versus-Karten wären viel, viel krasser UV gelaufen. Plus wir hätten halt selber den Cup spielen können, weil ich es letzte Woche nicht zeitlich geschafft habe. Diese Woche zeitlich schaffen könnte. Okay, das heißt für mich, diese Woche wird auf jeden Fall Rivals gegrindet, Quali gegrindet am Wochenende. Zum Toti wird dann auf jeden Fall auch Weekend-League gegrindet. Da gibt es gar keinen Weg drumherum. Aber diese Woche müssen wir dann, ja, einfach viel Rivals grinden und die anderen Objectives machen, die ich gerade gesagt habe, mit diesen Teams kombinieren und so. Aber das kann man halt nicht online machen. Das heißt, das werde ich auf jeden Fall offline machen, weil ich werde nicht Squad Battles online irgendwie bei Twitch oder sowas streamen. Das werde ich nicht machen. Aber Rivals kann man ja machen. Man kann ja auch schon mal anfangen, die ersten Drafts vielleicht zu spielen. Weil ihr seht, ich habe schon neun Draft-Partien aufgesammelt. Also das ist einfach ein Wert von fast 150.000. Das müsst ihr euch einfach mal geben. Weil ein Draft würde normalerweise 15k kosten. Du hast einfach neun Draft-Token-Dinger schon mitgenommen. Und wenn ihr es jeden Tag gemacht habt, nicht nur, wo ich meine Folgen rausgebracht habe, habt ihr wahrscheinlich schon 15 Draft-Token oder so. Das ist sehr, sehr, sehr stark. Aber dann können wir jetzt eigentlich rübergehen zu den Squad-Building-Challenges, wo nicht viel rausgekommen ist. Und ich gehe einfach auf Squad Battles. Das war natürlich lost. Aber bei den Squad-Building-Challenges ist tatsächlich nicht viel rausgekommen. Ach, ich war ganz falsch im Menü. Deswegen geht das auch relativ schnell. Also Hugolori habe ich zum Beispiel am Wochenende ein, zwei Packs irgendwie off-stream aufgemacht. Und wenn ich Duplikate jetzt ziehe, werde ich erstmal Hugolori machen. Hier gibt es natürlich jetzt noch den 86-Plus-Basis-Dreifache-Gefahr oder UEFA-Hero-Profi-Wahl. Die kann man auf jeden Fall auch mitnehmen, weil die ist überhaupt nicht teuer. Ich weiß nicht mehr was genau. Ich glaube ein 86er-Team. Ja, ein 86er-Team. Das heißt, wenn du ein bisschen Rating ziehst, doppelt, untrade, dann kannst du die einfach hier ranhauen. Also Hugolori mache ich erstmal, weil da habe ich erstmal einen safen Spieler. Aber wenn ich dann noch weitere Duplikate und so ziehe, kann ich es halt in den 86-Plus-Basis, also in den Hero-Pick einfach reinhauen. Ich wollte das gerade schon wieder vorlesen. Ich hätte mich safe wieder versprochen. Gavi zum Beispiel werde ich nicht mitnehmen. Alisson Becker auch nicht. Ich habe es auch eigentlich bei den Favoriten, was ich noch mitnehmen werde. Topper-Team werde ich noch mitnehmen. Eusebio werde ich natürlich, ja, früher oder später auch mitnehmen, wenn er dann fertig ist. Und es sind neue Upgrade-Packs gekommen, die ich mir natürlich auch mitnehmen werde. Also Hero-Pick mache ich auch mal als Favorit. 83-mal 10 kann man jeden Tag zweimal machen. Das wird jetzt auch immer in dem Video stattfinden, dass wir das jeden Tag machen. Letzte Woche war es ja ein 84-mal 5 und ein 85-Plus-Pick. Diese Woche ist es ein 83-mal 10 und ein 85-Plus-Doppel-Upgrade. Das werden wir beides machen. Ist eigentlich relativ easy, weil du ziehst den 83-mal 10 halt häufiger in Forms. Dementsprechend, ja, kannst du das 83-mal 10 eigentlich immer easy machen. Craftest dir damit geile Spieler in den Verein, kannst dann easy auch das 85-Plus-Doppel-Upgrade machen. Falls du ein Team-of-the-Week brauchst, kannst du halt auch den 83-plus-Team-of-the-Week-Pick machen. Kannst du diese Woche auch 82-plus-Upgrades machen, falls du Rare-Untrade-Duplikate ziehst. Das war ja auch immer ein Problem, dass man immer so Rare-Untrade-Duplikate nicht so geil loswerden konnte. 82-plus-Upgrade ist sehr, sehr geil dafür. Premium-Bronze-Upgrade bleibt natürlich auch auf unserer Favoritenliste. Premium-... Ach ne, warte mal, das sind die falschen. Wir brauchen die Daily. Wir brauchen hier Daily-Bronze-Upgrade, Daily-Silber-Upgrade. Das bleibt auf unserer Liste. Daily-Gold-Upgrade natürlich auch. Und ansonsten, die Dinger werde ich hier nicht benutzen. Kann man natürlich auch zum Craften benutzen. Wurde letztens auch in den Kommentaren gefragt. Also natürlich könnt ihr auch noch die Premium-Upgrade-Gemischte liegen und Upgrade-Gemischte liegen und sowas mit reinbauen, wenn ihr Duplikate zieht. Aber für mich ist der Vorgang... Es gibt übrigens gar nicht das Draft-Token-Upgrade mehr, sehe ich gerade. Scheiße. Das gibt es auch nicht mehr. Das heißt, ich habe jetzt 9 Draft-Token. Ist okay, ist okay. Besser als nichts. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr irgendwie 15 oder so habt. Aber dann ist jetzt die Vorgangsweise von den SBCs her Daily-Bronze-Upgrade machen, Daily-Silber-Upgrade machen, dann Daily-Gold-Upgrade machen, die Gold-Packs öffnen. In den Gold-Packs könnten sich Duplikate befinden. Falls es Non-Rare-Duplikate sind, die unter 80 Rating sind, packe ich sie wahrscheinlich ins Winter-Wildcard-Crafting-Upgrade oder wenn es passt in die Top-Partien, die man jetzt hier gerade nicht findet, weil ich nicht bei Favoriten bin. Hier bei den Favoriten ist auch die Top-Partie. Das heißt, falls ich da Duplikate ziehe, haue ich sie entweder in die Top-Partie oder ins Winter-Wildcard-Crafting-Upgrade. Falls es Rare-Duplikate sind, haue ich sie entweder halt auch in die Top-Partien oder ins 82-Plus-Upgrade. Falls es ein bisschen Rating dabei ist, dann werde ich es ins 83x10-Upgrade hauen. Falls ich dann die 83x10 fertig habe und irgendwie 84-85-Rating ziehe, dann werde ich es ins 85-Plus-Doppel-Upgrade reinhauen und alles über 85-Rating wird dann in Lurie reingehen und wenn Lurie fertig ist, dann wird alles über 85-Rating in den 86-Plus-Hero-Pick reingehen und dementsprechend merkt ihr auch schon, ich werde noch keine Packs sparen. Ich finde, das ist immer noch kein Content, den man jetzt unbedingt sparen muss und vor allen Dingen, du könntest halt nicht craften. Du könntest nicht jeden Tag diese 83x10-85-Plus und sowas machen und immer recraften, sondern du müsstest dir halt jeden Tag immer neue Spieler kaufen, um die zu machen, wenn du jetzt schon Packs sparst. Deswegen lasse ich das. Ich nutze diese Woche noch zum Craften. Ich kann euch das halt auch nur ans Herz legen, weil ich der Meinung bin, während des Totis werden wir genug Packs hinterhergeschmissen bekommen und ja, jetzt Packs zu sparen, lässt du halt auch viel Content liegen und diese Woche kann man, denke ich mal, aus dem 86-Plus-Hero-Pick zum Beispiel, vielleicht kommt die eine oder andere Gamble-SBC auch noch mit, kann man vielleicht den einen oder anderen gerne den Spieler noch ziehen, weil, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, den wir immer in unserer Road to Todi-Serie machen, nämlich das Team anschauen und da ist ja zum Beispiel bei mir einfach mal aus dem Team of the Week-Pick ein Heuming Sonn gekommen, dann ist letzte Woche aus einem 85-Plus-Pick war das, glaube ich, ein Sergio Ramos gekommen, dann ist aus einem Icon-Pick, aus diesem, was war das nochmal, 89-Plus? War das 89-Plus? Ne, 87-Plus, was für 89-Plus? 89-Plus wäre ja viel zu krass gewesen. 87-Plus-Icon-Pick habe ich einfach mal in Jorginho gezogen und ansonsten, ja, man kann halt, wie gesagt, einfach noch ein paar geile Spieler ziehen, um sein Team ein bisschen abzugraiden und ich kann halt jetzt schon mit so einem geilen Team ins Todi reingehen, habe dann nochmal Pima Dom aktuell so 2-3 Millionen Coins übrig, kann mir dementsprechend wahrscheinlich sogar schon Todi leisten, ich möchte aber noch ein bisschen mehr Coins haben, weil ich möchte mir am liebsten eigentlich Bellingham holen fürs Mittelfeld, weil der hier einfach geil reinpasst und am liebsten vielleicht noch ein Flügelspieler aus dem Todi und die Abwehr kann dann, glaube ich, eigentlich bleiben, aber so weit sind wir noch nicht, das schauen wir dann alles, wenn das Todi da ist, werdet ihr ja täglich auch Videos hier bekommen, wie sich unser Team dann upgradet, was für Todis wir ziehen, was für Todis wir kaufen, dann könnt ihr auch immer schreiben, was für Todis wir testen sollen, wir werden dann natürlich auch viel Draft spielen, wo man auch Todis testen kann und so weiter und so fort, das ist auf jeden Fall unser Team, dann können wir nochmal rüber gehen auf die Bestenliste und schauen, wo unser Transferlös ist, sollte sich nicht viel getan haben, genau, ich war letzte Woche, glaube ich, bei 5,7 oder so, ja, hat sich am Wochenende jetzt ein bisschen was nach oben getan, weil sich doch noch ein paar UV-Spieler verkauft haben, aber ich werde halt wahrscheinlich wieder ein bisschen Minus machen, weil sich halt auch viele UV-Spieler nicht verkauft haben, aber zur UV-Liste kommen wir später, ich werde jetzt erstmal die ganzen Upgrade-SBCs machen und mal schauen, was Wichtiges passiert, was ich euch einblende und am Ende gehen wir dann natürlich noch rüber ins Trading und werden unsere UV-Liste anpassen und neue Spieler zusammen einkaufen. Und weil ich gerade die Packs geöffnet habe, natürlich auch wie immer der Reminder hier in dem Video, öffnet euer tägliches Vorschau-Pack. Wir hatten hier im Video schon einen Walkout drin, der sich teuer verkauft hat, es haben schon welche kommentiert, dass sie wirklich das Video geschaut haben, das Pack geöffnet haben, wir haben hier Heuer Fernandes, aha, sehr, sehr guter Mann, aber wir haben leider hier nichts, was was wert ist, deswegen lassen wir es liegen, aber es haben auch schon Leute kommentiert, ne, ihr könnt ja mal kommentieren, wen ihr ein Vorschau-Pack hattet, manche haben geschrieben, wir haben eine Versus-Karte und so gezogen, während sie das Video geschaut haben, dementsprechend würde ich sagen, lohnt sich das einfach mal das Vorschau-Pack jetzt kurz mitzunehmen. So Jungs, Step 1 ist tatsächlich getan, ich habe, wie ihr seht, alle täglichen Bronze-Silber-Gold-Upgrades fertig, keine Duplikate gezogen, das finde ich sehr, sehr krass, dementsprechend würde ich jetzt sogar sagen, dass ich mich als allererstes an, ja, ich mache einfach direkt das 83x10, ich mache direkt das 83x10, also Topperteam, man kriegt halt tradable Packs, gibt dafür Untrade-Spieler ab, dadurch, ja, dass ich jetzt aber keine Duplikate habe und so muss ich jetzt nicht auf Krampf die Topperteam machen, sondern kann warten, bis ich Gold-Duplikate ziehe, die hier reinpassen. 83x10, ja, mache ich einfach, will ich machen, weil das lohnt sich halt einfach, das täglich zu machen und dann schauen wir mal weiter. Das Geile ist auch, dass ich gestern im 83x10 einfach zwei Team-Of-The-Weeks hatte, also im ersten, im zweiten hatte ich dann leider keinen, aber dementsprechend, ja, konnte ich gestern das zweite 10x83 plus einfach so machen, ne, aus dem Verein, mit dem Inform und ich habe jetzt noch einen Inform übrig gehabt und ja, habe jetzt da keinen Stress und deswegen hoffe ich, dass ich jetzt im ersten entweder mindestens ein oder auch wieder zwei Informs ziehe, weil dann ist immer dieses Inform-Thema einfach direkt durch. So, man kann einfach chillen, hat einfach dann 10x83 plus, ja, das kriegt man eigentlich easy aus dem Verein hin, weil durch dieses 10x83 plus ziehst du dann ja auch wieder 82er, äh, nee, 82er, perfekt. Ich sage einfach, 10x83 plus zieht man 82er. Ne, aber du ziehst dann ja 84er, 83er und so und dementsprechend sollte man eigentlich mehr oder weniger aus dem Verein, ich weiß gar nicht mehr, was ich finde, ach ja, ich habe eine SPC von Lurie fertig gemacht, weil ich irgendwie einen 88er oder 89er doppelt hatte und habe da leider Gottes auch den einen oder einen 82er mit reingehauen und 83er. Dementsprechend wird es jetzt bei mir hier doch etwas knapp, sehe ich gerade, weil mein Verein ja sowieso 83er und so etwas tot ist, aber ich glaube, wenn ich mir jetzt hier zwei, drei, zwei, zwei oder drei 83er kaufe, dann passt das. So, und wie gesagt, das Geile jetzt, ich habe ein 83x10 fertig, das, wie gesagt, falls ihr auch keinen Duplikat oder sowas zieht, dann macht ihr einfach ein 83x10 fertig, das Vernunft müsst ihr euch halt ein Informer craften, aber dann könnt ihr es 83x10 machen, öffnet das Pack und zieht's. Das ist Walkout, okay, 86, aber Bruder, das, das war's? No way. Yes! Und da ist er. Guck mal, okay, so Ratingtechnisch ist es jetzt nicht so big, muss man sagen, aber ein Inform. Ein Inform, das heißt, wir können jetzt direkt straight in das zweite 83x10 gehen und müssen uns kein Informer craften. Das ist das Wichtigste, ich schwöre, das ist das Wichtigste und das zweite auch gerne in Inform und dann aber richtig reinscheppern vom Rating, am besten irgendwie ein Duplikat und dann können wir Hugo Lorry schon mal fertig machen fürs Team. So, zweites 83x10 Pack Torwart Bayern München Manuel Neuer, aber es ist kein Doppel Walkout. Das heißt, das Einzige, was uns wieder saven kann, ist, ja, am besten 85er oder Informs. Ansonsten, die 83x10 heute ein bisschen scheiße gewesen und wir haben kein Inform und das heißt, wir haben morgen die Qual der Wahl und müssen uns ein Informer craften, falls wir heute kein Inform mehr ziehen. Boah, das tut weh. Das tut ein bisschen weh. 83x10 heute ein bisschen Arschritzel gewesen, vor allen Dingen, weil wir auch keine Duplikate haben und jetzt irgendwie zu irgendwas geforst werden. Das heißt, ich werde jetzt sogar tatsächlich mit dem Rating, was ich jetzt einfach so im Verein habe, versuchen, noch den 85 plus Doppel-Upgrade-Ding hier zu craften, zu grinden, was, whatever. Oh, hier brauchen wir nur 82 und 83er-Team. Das ist entspannt. Okay, das kriegen wir dann ja easy hin und dann können wir da hoffentlich, aber das ist auch schon wieder eigentlich ein bisschen scheiße. Ich würde sogar sagen, 85 plus Doppel-Upgrade ist meiner Meinung nach sogar eine Pass-SBC, weil du kriegst zwei 85er. Die meisten werden hier drin zwei 85er ziehen, vielleicht dann noch ein 86er, 87er oder so, aber niemand wird hier drin irgendwie zwei 90er ziehen oder so. Das ist einfach sehr unwahrscheinlich. Klar, für einen Gamble, für einen Grind kann man es mitnehmen. Ich glaube, ich werde jeden Tag einfach einmal das mitnehmen, wobei ich dann aber halt auch überlege, ich bräuchte jetzt auch einen Inform und für einen Inform müsste ich genauso ein 82er-Team mit zwei 84ern abgeben und ein 83er-Team und das ist halt einfach, ja, für 85 plus Doppel-Upgrade ist für Duplikate vielleicht ganz cool, wenn du keine Inform-Upgrades gerade machen musst, aber am Ende des Tages muss ich sagen, 85 plus Doppel-Upgrade ein bisschen S. Es gibt halt 22 Spieler ab, um am Ende zwei Spieler zu bekommen. Versteht ihr, wie ich meine? Und du gibst halt nicht irgendwie 22 Non-Ware-Spiele einfach ab, sondern schon auch Rating, so 82er, 83er, 84er und das tut dann im Verein halt schon weh, ne? Und ihr wisst ganz genau, wie mein Verein in diesem Mittelfeld aussieht. Ich kann es mir einfach nicht leisten, wenn ihr es aus dem Verein easy machen könnt, dann macht das, aber ich müsste jetzt halt wieder diese Fool, okay, komm, scheiß drauf, ich mache es sogar einfach, scheiß drauf, ich werde mir jetzt Fool 83er kaufen, ich habe die Coins für den Content für euch, mache es jetzt, um mal zu testen, wie gut die 85 plus Dinger sind, aber ihr müsst es nicht machen, okay? Das ist für mich keine Toti-Vorbereitung, also es ist nicht würdig für die Toti-Vorbereitung, weil es einfach zu krass das Futter aus dem Verein saugt, aber wenn ihr das Futter habt und es machen wollt, dann macht es, wenn ihr es kaufen könnt, dann macht, aber ihr müsst es nicht machen. Gut, ich habe jetzt hier auf jeden Fall einmal durchgeboten, einfach 83er mitgenommen, falls ihr es nachmachen wollt, bietet einfach, stellt den Filter auf 1,1, 1,3, dann könnt ihr hierfür 1,2, 1,3 mal bieten, ist halt das Einfachste, natürlich kannst du auch snipen gehen, dann kriegst du wahrscheinlich, also wenn du die Spiele alle einzeln suchst, du gehst zum Beispiel auf den Transfermarkt, suchst nach Hatsherby, den kannst du ja auch für 1K snipen, so ist es nicht, das heißt, wenn du deine UV-Liste füllen willst, du siehst, es gibt Käufer, die kaufen für 1,2, 1,3, es gibt auch viele, die kaufen für 1,4, 1,5, 1,6, das heißt, du kannst ja eigentlich jederzeit low-budget technisch oder auch mit einem höheren Budget, wenn du einfach Coins machen willst, dir 83er, ja für 1K snipen, muss ich für 1,5 bis 2K anbieten und wenn du 100 Plätze auf der Liste voll hast, eigentlich würde ich gerne ein Experiment machen, meine Liste ist leider sehr voll, aber eigentlich würde ich gerne ein Experiment machen, jeden Abend 19 Uhr die 83er snipen, 100 Transferlistenplätze voll machst und sie alle für 1,5 bis 2K anbietest, wie viele sie sich in 24 Stunden verkaufen, wenn sie jede Stunde natürlich neu anbietest und wie viel Profit du damit machst, Return of Invest, also du kriegst ja 4% sozusagen wieder, wenn du die für 1,5 verkaufst, wenn du sie für 1K einkaufst, sind sie auf 50%, stell dir vor, du bietest einen Spieler, der 1 Million kostet 50% teurer an, niemals wird sich der verkaufen, aber bei den 83ern geht es halt und wenn er sich sogar für 2K verkauft, hast du einfach 100% gewinnt, also du hast einfach deine Coins sozusagen verdoppelt, dementsprechend, ja, also ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr lukrative Methode, um aktuell deine Coins zu machen. Gut, ich werde mir jetzt hier ja alle zuweisen, einfach die in Verein packen, die ich brauche, ich muss jetzt hier eh einige SPCs machen, ich habe jetzt auch 13 Duplikate, das ist ein bisschen ärgerlich, aber dann werde ich jetzt darauf achten, dass ich zum Beispiel ein Hummels, ein Buscats, ein Lachabi und sowas alles einmal abgebe, damit die dann gleich direkt schon mal duplikat recycelt sind, aber wie gesagt, ich muss eh Team of the Week pick für morgen machen, ich muss eh, also den muss ich jetzt nicht unbedingt heute im Video machen, aber ich muss den Team of the Week pick machen, ich muss die 85 plus Doppelupgrades machen und ich brauche dafür halt einiges an 83ern, deswegen ist das nicht so schlimm. Gut, erster 85 plus Doppelupgrade, also erstes 85 plus Doppelupgrade fertig, ich wollte gerade 85 plus Pick sagen und es hat eigentlich ganz gut funktioniert, also ich habe jetzt glaube ich 30, 40k für die ganzen 83er ausgegeben und du kannst es halt wirklich chillig machen, so ein Team selbst aufbauen und dann hast du halt deine ganzen 83er und so und kannst dich halt echt entspannt abgeben, aber ich muss jetzt einmal auf den Shop gehen und mir die Duplikate halt wiederholen, die jetzt neu in den Verein reinkommen, aber dementsprechend kann ich natürlich das 85 plus Doppelupgrade noch nicht öffnen, guck, ich kann jetzt die schon mal ein Verein packen, ja, ich muss jetzt nochmal auf jeden Fall die SPC machen und nochmal Duplikate loswerden und dann muss ich wahrscheinlich sogar schon mit dem Team of the Week Pick auch anfangen und den auch öffnen, damit ich die Duplikate loswerde, aber dann haben wir gleich schon auf jeden Fall ja, dreimal das 85 plus wahrscheinlich fertig. Oh, dreimal gemacht, 85 plus Doppelupgrade, ich habe es tatsächlich geschafft, es hat gereicht, diese Marge, die ich da eingekauft habe an 83ern, für den Team of the Week Pick reicht es glaube ich nicht mehr, aber es waren 42, 83er und die kannst du ja ungefähr für 1K rechnen, das heißt, wie gesagt, ungefähr 40, 50K habe ich ausgegeben, jetzt um am Ende des Tages, ja, dreimal den 85 plus Pick zu machen, ist also wirklich schon sehr teuer für den Gamble, für den Content nehme ich es jetzt mit, du kriegst ja auch hier Goldpacks, Prime Electron Profis Pack, wieder tradable, vielleicht ziehen wir ja sogar was draus, glaube ich nicht, falls ihr es seht, dann haben wir was draus gezogen, falls nicht, dann sehen wir uns gleich bei den 85 plus Doppeldingern und ich hoffe, wie gesagt, dass die mich, ja, nicht enttäuschen werden, weil das war jetzt halt, ja, schon sehr teuer. Also deswegen, bevor wir uns gleich beim 85 plus 2 sehen, nochmal ein kleiner Reminder, ich habe das jetzt nur für den Content gemacht, aber rein theoretisch würde ich diese 85 plus Dinger nur machen, wenn ihr einen komplett stacked Verein habt, weil ihr die ganze Zeit Weekend gegrindet und die Cups gegrindet habt und, 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 oder wenn ihr halt Duplikate zieht und nicht wisst, wohin damit, dann würde ich diese 85 plus mal 2 empfehlen, ansonsten, egal was wir daraus ziehen, würde ich sie glaube ich nicht empfehlen, weil es, ja, einfach Coins wasten ist, ne, wir machen ja nicht Coins, um die Coins jetzt vorm Toti alle für solche Packs auszugeben, um am Ende die Chance auf eine Versus-Karte zu haben, ich bin da jetzt mal ausgeschlossen, aber ihr solltet das auf jeden Fall nicht machen, aber guck mal, hier sogar schon mal einen 84er, 82er wiederbekommen, ganz gut, da haben wir sie, 85 mal 2, also jetzt bin ich wirklich gespannt, wenn jetzt nur Arschürze rauskommt, Digga, dann unterschreibt es ja einfach nur noch mehr, dass man es nicht machen sollte und ich habe keinen Plan mehr, das ist, aber Doppelworkout, immerhin schon mal 2 86 plus Spiele, das ist okay, es ist dann schon mal irgendwo ein bisschen okay, aber Messi, oha, Digga, 90er, sehr stark, einfach den Goat gezogen, ihr könnt ja mal kommentieren, CL7 oder Messi, wer ist für euch der Goat, ich will da keine Diskussion oder sowas aufmachen, jeder hat seinen Goat, aber mich würde es einfach mal interessieren, wie viele CL7 oder Messi Fans wir haben, auf jeden Fall Messi und 86er, das ist ein starker Beginn, muss man sagen, zwar keine Special-Karte, kein Inform, was weiß ich, aber ein starker Beginn, zweites Pack natürlich direkt hinterher, Serbien, ZM, das war auch Serbien, Milinkovic, Savic müsste das sein, oh, wieder Doppelworkout, oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, lass es dahinter jetzt wieder ein Kracher sein, wieder ein Kracher, wieder ein Kracher, wieder ein Kracher, wieder ein Kracher, Angolo, oh, ich dachte gerade, irgendwie hat er noch 89, nee, 86, da war es erst schon auf jeden Fall deutlich besser, 2,86er ist auch, glaube ich, noch irgendwo im Rahmen, aber schon echt an der Grenze, also das ist schon sehr schlecht, 2,86, ich will jetzt hier eine Special-Karte, oh nein, schon wieder keine Special-Karte, gönnen doch wenigstens Inform mal, 87er Doppelworkout, bitte, 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 nicht mal Doppelworkout, nein, aber dann maybe Inform, maybe Inform, oh nein, ist es kein Inform bei 85er und 87er, aber wir haben das erste Duplikat, das heißt, oh, sie ist sogar tradable, ich könnte sie jetzt sogar verkaufen, ich kann aber auch für einen Content, oder was heißt für einen Content, um mein Team zu verbessern, jetzt einfach Lurie mit dem Duplikat fertig machen, ja, machen wir, glaube ich, sogar ein 87er, ein 86er Team, passt, glaube ich, auch ganz gut, und da haben wir heute schon mal fürs Video, für die Road to Toti Part 6 Folge, ich hoffe, es ist Part 6, ich bin mir gerade echt unsicher, ich war mir am Anfang unsicher, ich bin mir immer noch unsicher, ich hätte auch mal vor dem Video schauen können, aber habe ich irgendwie nicht mehr daran gedacht, aber für diese Folge auf jeden Fall, haben wir dann wieder eine Teamverbesserung geschafft, beim letzten Mal war ja eine krasse Teamverbesserung, mit Jairzinho und Ramos, dieses Mal haben wir dann uns Lurie jetzt zugelegt, ist auch eine starke Verbesserung, weil ich jetzt gerade noch ein 86er Pope da drin stehen habe, und dann sehen wir gleich mal, wie Lurie rausläuft, und wie dann unser Team aussieht. Oh, da haben wir ihn, den langen Luris, ich hoffe, dass er gut ist, also, Torwart ist bei mir immer ein Problem, sorry, deswegen, ich hoffe, mit diesem Rating, mit dieser Karte und so, sieht allgemein einfach sehr geil aus, deswegen finde ich, kann man und muss man den eigentlich mehr oder weniger mitnehmen, ich habe ja sogar aktuell noch Heumingsson im Team, ich kann mir gut vorstellen, dass Heumingsson auch einen Toti Nominee bekommt, der vielleicht bezahlbar wird, vielleicht sogar mit einem 5-5 bekommen wird, was richtig geil wäre, dann wäre es auf jeden Fall eine Karte für mein Team, und dementsprechend Lurie auch einfach eine geile Linkmöglichkeit, mit Frankreich, Tottenham, kann man sich auf jeden Fall mitnehmen, und den werde ich jetzt nochmal schnelle Welle ins Team reinhauen, aber, ja, das müsst ihr eigentlich gar nicht sehen, weil ihr wisst, wie mein Team aussieht, deswegen sehen wir uns gleich, glaube ich, auf der Transferliste, und dann werden wir einkaufen, weil den Rest haben wir für heute abgehakt. Ihr seht mich dann beim Team, weil ich kann Pope dann natürlich verkaufen, ich habe den damals, Digga, ein 86er Pope für 14, 500 geholt, der liegt jetzt aktuell, ich hatte ihn auch oft auf der UV-Liste, der ist teilweise für 26 und so weggegangen, aber ich kriege ihn auch für ungefähr 20k weg, das ist doch ganz nice, ich konnte ihn ein bisschen spielen, habe jetzt einen neuen Torwart, kann ihn mit Plus verkaufen, kann jetzt hier Lurie reinpacken, und das ist doch top. Gut, und dann kommt jetzt nochmal der spannendste Part am Ende des Tages, ich habe hier noch drei Sachen, ach so, die ich nicht bekommen habe, okay, ihr habt jetzt gesehen, der ist gerade einen für 1.500 weggegangen und so, alter Fall da, selbst beim Bieten gehen die so toll weg. So, das sind meine Verkäufe, die sind aber halt leider nicht mehr aktuell, deswegen, wir können uns die gerne mal screenshotten und gucken, wo die Preise aktuell liegen, aber die sind, denke ich mal, alle runtergegangen, im Vergleich zum, im Vergleich zu den letzten Tagen, aber, ja, es sind größtenteils Special-Karten weggegangen, ist ja ein gutes Zeichen, dass spätestens am Wochenende meistens die Special-Karten weggehen, es sind auch ein paar Special-Karten nicht weggegangen, es sind sogar 1, zwei Informs weggegangen, ein paar Gold-Karten, aber hier muss ich einiges anpassen, also David Raum letzte Woche als UV-Karte, war ein ganz großer Fehler, ich weiß nicht, warum der so krass gedroppt ist, der Arschloch, wahrscheinlich hat er irgendwie eine Versus-Karte, die ich gerade nicht im Kopf habe, ja, als Alternative bekommen, aber der ist einfach nochmal so 10k runtergegangen, ja, kann immer jetzt versuchen, UV noch zu retten für so 24k, aber das war auf jeden Fall ein leichter, aber feiner Fehlkauf. Ne, dasselbe habe ich ja damals als Flip geholt, hat sich jetzt sogar einigermaßen wieder gefangen, der war teilweise bei 200k, ist jetzt bei 250, das heißt, ich versuche ihn vielleicht sogar mal für 400 oder 300, ich bin hier einfach mal 100k teurer an, also ich gebe hier noch nicht auf bei Mané, ich brauche jetzt die Coins nicht unbedingt zwingen, natürlich wäre es geiler, wenn ich sie hätte für UV, um sie zu benutzen, aber ist jetzt nicht so schlimm, euer Sabal ist Ratingkarte, ja, habe ich jetzt ein bisschen zu günstig sogar angeboten, brauche man gar keine Panik haben, Radetzke hat sich sogar gut gehalten, dafür, dass jetzt kein neuer Cup gekommen ist und so, man die jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt braucht, aber scheint beliebt zu sein, deswegen lasse ich ihn auch mal auf der Liste für den ungefähren Preis, den ich hier habe, Kleubert hatte sich einmal am Wochenende verkauft, liegt jetzt wieder bei 39, 40, okay, ja gut, muss ich wahrscheinlich ein bisschen runtergehen, dann wird er weggehen, und dann werde ich ihn nicht wieder auf die UV-Liste nehmen, weil ich ja nicht zweimal einmal hatte, er sich verkauft, einmal aber nicht, und das übers Wochenende, das ist schon ein bisschen schlecht auch, ja, Morata ist natürlich eingekracht, das sind so jetzt die Versus-Karten, die ich nicht mehr vor 19 Uhr letzte Woche, wo ich es euch gesagt hatte, verkauft bekommen habe, weil die dann einfach nochmal weiter runtergegangen sind, muss ich jetzt mehr oder weniger den Verlust taken, ist nicht so schlimm, Turam, was ist mit dem passiert, ist er auch eingekracht, nö, nö, das geht, der hat sich eigentlich gehalten, muss ich ein bisschen günstiger vielleicht anbieten, ist keine gute UV-Karte, hat sich damit herausgestellt, aber in Daniel Olmo muss ich auf jeden Fall auch nochmal günstiger anbieten, ich drücke jetzt einfach jedes Mal, einfach ohne das jetzt in die Länge zu ziehen, einfach einmal L1, gucke, ob sie dann weggehen, scheiß mal auf die 500 Münzen, 1000 Münzen, die ich sie vielleicht teurer verkaufen könnte, ich bin froh, wenn ich einmal L1 drücke, sie sich dann verkaufen, das werde ich jetzt einfach bei den ganzen Feuer-Versus-Eiskarten und so machen, bei den Karten, wo ich mir nicht sicher bin, werde ich die Preise checken und anpassen, würde ich euch auch empfehlen, wir haben eine neue Woche, spätestens nach dem Wochenende sollte man das eigentlich mal machen, man soll es eigentlich vor dem Wochenende einmal machen und nach dem Wochenende und dann kann man eigentlich immer die ganze Woche, dann kannst du ab Freitag bis Sonntag deine Liste laufen lassen und dann halt von Montag bis Freitag, versteht ihr, wie ich meine, das sind so eigentlich die Checkout-Termine, wo du deine Liste einmal anpasst und ja, deswegen, das mache ich jetzt einmal und dann sehen wir uns gleich, 700k habe ich, ich glaube, ich kann nicht so viel kaufen, aber ich habe schon ein paar Spieler im Kopf, die ich einkaufen werde und die werde ich euch gleich zeigen. Okay, vielleicht auch noch, ja, zur Aufklärung, was gerade noch so auf meiner UV-Liste mäßig abgeht, ist ja, wie gesagt, immer noch die Informs von letzter Woche, weil die ja gar nicht gebraucht wurden und auch nicht gebraucht werden aktuell, was halt echt ein bisschen schade ist, weil ich habe hier echt noch zwei Seiten, obwohl gar nicht mehr so viele Informs, es geht, also immer mal wieder verkaufen sich welche, deswegen, ich muss hier halt leider Gottes hier weiter laufen lassen, die Informs, das war echt ein L-Ding, weil die davor immer super liefen und man damit richtig geil Coins machen konnten und dann, wo ich halt so einen richtigen All-In-Move gemacht habe, werden Informs auf einmal nicht mehr, also es war kein All-In-Move, ich habe aber 700k, 800k, glaube ich, reingebuttert und genau dann werden Informs halt nicht mehr gebraucht, das war wieder so ein typisches Ding, dass ich da einfach so einen schlechten Griff habe, ein bisschen Pech habe, aber ja, da liegen halt aktuell gerade noch relativ viele Coins drin, Adiemi hatte ich mal, glaube ich, für eine Evo geholt, das war auch ein bisschen lost, aber ansonsten, ja, bin ich hier überall einfach ein bisschen runtergegangen vom Budget, ich denke mal, das sollte dann schon passen und ich hoffe, dass jetzt einfach endlich mal was für Informs kommt, dass ich da einfach mal ein bisschen, ja, ein bisschen Coins wieder rausholen kann, ah, hier habe ich sogar ein paar 83er, die ich für 1.5, 1.6 anbiete, dann seht ihr auch mal, dass sie sich für diesen Preis auf jeden Fall verkaufen werden, weiß ehrlich gesagt gar nicht mal, warum ich die so teuer gekauft habe, hier Tomori habe ich hier auch noch, ja, von Goldkarten sollte man sich vielleicht langsam auf der UV-Liste ein bisschen fernhalten, weil die Goldkarten jetzt nicht so krass UV liefen, muss ich ganz ehrlich sagen, also ihr habt ja vorne gesehen, was sich von den Goldkarten UV verkauft hat, im Vergleich zu Specialkarten und Specialkarten viel, viel mehr, also Specialkarten waren hier hinten ja kaum noch welche und hier vorne, guckt euch das mal an, alles voll mit Specialkarten, an drei Seiten, ja, und dann zwei Informs und hier ein paar Goldkarten nur, ein 83er, ein 84er und dann hier noch dreimal EDMILITAU, ein Kobel und Marquinos, aber sonst so Rashford, Theo Hernandez, Mandy und so haben sich gar nicht mehr verkauft am Wochenende, da ist einfach viel zu viel, ja, die werden einfach zu sehr auf dem Markt gespamt, so, deswegen, ich würde jetzt wahrscheinlich diese Woche UV mit Specialkarten bis zu 30k machen, seht ihr ja hier ganz viele Beispiele, die man dafür benutzen kann, die jetzt die letzten Tage immer gut liefen und die sich halt verkauft haben, dazu könnt ihr halt auch die neuen Firekarten nehmen, also die neuen Fire- und Eiskarten, die Versuskarten halt, ich werde euch ja auch gleich noch zeigen, welche Karten ich kaufe, Informs kann man halt theoretisch als Investment sehen, so 85, 86 rated, kriegt man halt auch so für 33, 34k, ich biete da aktuell die 83er an und die gehen da teilweise weg, deswegen kann das kein schlechtes Investment sein, weil früher oder später wieder Informs gebraucht werden, Goldkarten, wie gesagt, würde ich mich eher ein bisschen von fern halten, weil man die einfach zu häufig zieht und auch während des Todis wird so ein Eder-Milli-Tau halt auf Marcus Bambi nichts anderes, deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtig und ja, das ist glaube ich alles, was ich gerade zur UV-Liste zu sagen habe. So, und ich habe jetzt auch finally eingekauft, also ihr seht, ich habe ja hier vorne die ganzen Spieler neu angeboten gehabt, die sich nicht verkauft haben, da haben sich jetzt auch schon 1, 2 verkauft, halt plus minus 0 ungefähr, zum Beispiel Pope ist mit Gewinn weggegangen, aber dann war da noch, was war denn da noch, ja ein Euer Sabal genau, der habe ich ein bisschen günstiger angeboten, plus minus 0, um da ein bisschen auszucashen und nachzukaufen, ich habe mich natürlich, wie ich schon meinte, ein bisschen auf die neuen Versus-Karten gestürzt, ich habe jetzt zum Beispiel 2 mal Gag pro Feuer eingepackt, ich glaube, der war so bei 19k, da habe ich Günther ungefähr für 14k eingepackt, jeweils seine Eiskarte zweimal, als auch seine Feuerkarte, Richarlison ungefähr für 20k, die Eiskarte, die Feuerkarte ungefähr für 23k, da habe ich Alexis Sanchez noch zweimal eingepackt, den fand ich echt relativ günstig, weil seine Feuerkarte glaube ich irgendwie 70, 80 kostet und die habe ich glaube ich für 33 bekommen, einmal sogar mit Hunter, da habe ich hier Renard noch zweimal eingepackt, für 42, 43, da ist auch fast die Abschlusspreis, also günstiger geht nicht und sie ist eh 89 Rating, deswegen glaube ich nicht, dass sie so krass noch einkrachen wird, aber auch halt nur ihre Eiskarte, die Feuerkarte war deutlich teurer, Gag pro Eis, habe ich ja am Anfang schon erwähnt, ist irgendwie hier hinten, warum auch immer, dann habe ich noch diese Ramirez eingepackt, die kann man auch gut zum Investieren benutzen, weil günstigster 87er Inform, der 87er Inform kostet glaube ich 36, 37, äh 46, 47.000 und das heißt, ich biete die jetzt hier UV, ich habe die für 37, 38 bekommen, das heißt, ich biete die schon 8k teurer an, 7, 8k teurer, trotzdem aber noch als günstigsten 87er Inform, das ist glaube ich ein sehr, sehr gutes Investment und halt auch geil für die UV-Liste, dann habe ich die Yong noch geholt, ich glaube auch, dass er Richtung Mittwoch, wenn er out of packs geht, nochmal ein bisschen steigen könnte, weil ich finde 78k habe ich glaube ich bezahlt, viel zu günstig eigentlich, Lautaro Martinez, sein 88er Inform kostet einfach genauso viel wie der 89er Inform, heißt für den 89er Inform, früher oder später muss er einfach noch weiter hochgehen, bin ich der Meinung und deswegen habe ich den für 53k mir auch mal mitgenommen, dann Zakaria zweimal mitgenommen, für 14, 15k, hat sich auch relativ gut verkauft, die letzten Tage UV, beziehungsweise letzte Woche, George Bear hat sich gut UV verkauft, habe ich also auch noch zweimal geholt, für 16, 17k und dann habe ich Conor Gallagher, unser UV-Top-Seller himself, für 13, 14k geholt, Eriksen auch ein geiler UV-Seller, habe ich für 42, glaube ich, geholt, Athenia hat sich gut verkauft, UV habe ich für 13, 14 geholt und Lukaku habe ich für 20 geholt, hat sich auch gut UV verkauft und damit sind wir aber auch am Ende vom Video angekommen, ich hoffe, ihr habt es enjoyed, ich hoffe, ich konnte euch helfen, ich hoffe, ihr habt Bock auf die nächste Folge Road to Toti, die kommt dann morgen raus und, also beziehungsweise heute, weil ich bringe das Video, es hat schon wieder hier anderthalb Stunden, zwei Stunden gedauert, die Aufnahme, dementsprechend wird das Video wahrscheinlich erst am Dienstagmorgen kommen, dann kommt Dienstagabend kein Video, das passt dann ja aber auch ganz gut, weil ich bei der VBL bin, den ganzen Tag, beziehungsweise bis 22, 23 Uhr, dann abends ein Video wäre eh schwer, das heißt, dann sind wir jetzt in diesem Rhythmus drin, dann werde ich diese Woche wahrscheinlich jetzt heute, also am Dienstag morgens ein Video bringen, am Mittwochmorgen ein Video, dann Donnerstagabend, Freitagabend und so weiter, ich glaube, so wird wieder der Rhythmus dann sein und jetzt gibt es halt zweimal morgens ein Video, damit ihr da Bescheid wisst, deswegen joint auch den WhatsApp-Kanal, deswegen folgt bei Instagram, dann kriegt ihr sowas halt immer mit, dann verpasst ihr da keine Videos, keine Folgen, keine Formate, was auch immer, würde mich freuen, wenn ihr Liebe da lasst und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video, bis dann, haut rein und ciao, ciao. – Bis zum nächsten Mal.